Okay, Elvis kommt auf die Bühne. Ich fand es einen richtig unterhaltsamen Abend. Die Stimmung war super. Sie sind jedes Mal besser. Ich habe die Las Vegas Show gesehen. Ich war an Essling im Theater. Die Musiker, die ausgetauscht wurden, sind top. I can't walk up. Halleluja, Christ is born. Mary's baby, the newborn King. Halleluja, Christ is born. Mary's baby, the newborn King. Halleluja, Christ is born. Mary's baby, the newborn King. Halleluja, Christ is born. Mary's baby, the newborn King. Halleluja. Ich würde sagen, die Show war fabelhaft, faszinierend, super gut. Er hat es super gut imitiert. Er hat eine super Show abgeliefert, hat das Publikum mitgenommen. Ja, war super geil. Wir sind schon öfter hier gewesen und man kann nichts besser machen. Wir lieben es, absolut. Wir sind ein riesen Fan. Ich fand es super, abwechslungsreich, laut, stimmungsvoll, ja, fantastisch. Und die Akku kann für ein bisschen leiser. Jawohl, okay. Und wenn wir für den Song, also bei E-Gitarren checken wir gleich, aber die Akku brauche ich mir hier, die kommt jetzt so indirekt von Roman. Okay. Und wenn wir für den Song, also bei E-Gitarren checken wir gleich, einen anderen Gang, jeden Tag, 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 jeden Tag. Und daszk Popular ist eine Zune in springen, also bei E-Gitarren, die im Kristi um Februar-V Så特 zar, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch so fasziniert von der ganzen Show, dass ich eigentlich noch gar nicht viel sagen kann, aber es war richtig mitreißend und ich kann es nur jedem empfehlen, da hinzugehen, auch seine Kostüme und die Outfits waren richtig schön. Ja, er hat das Publikum fasziniert. Ja, er gibt doch da einfach viele Schleppchen. Ja. 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 Ja, er ist das in Kostüme. Ja, er ist das in Kostüme. Ja, ich weiß nicht. Aber Blüten Blüten Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.